Moin Moin zusammen, hier ist der Trill mit meinen Picks für die Halbfinals am morgigen Tag für MLG Columbus. Heute war mal wieder ein komplett abgefuckter Tag. Gnatic ist raus, der Top-Favorit für dieses Tournament. Einfach raus in den Quarterfinals schon, weil Astralis jämmerlichst rübergefahren ist. Krims mit einer ganz schlechten Vorstellung heute. Ich muss euch hier auch nochmal gleich zu Anfang sagen, dass ich euch die finalen Picks noch nicht geben kann, da das vierte Quarterfinals erst morgen vor den Semifinals gespielt wird. Das bedeutet, dass ich kann nicht in die Zukunft sehen und weiß nicht, ob Luminosity oder Virtus Pro oder weiterkommt. Dementsprechend kann ich hier noch nicht callen, ob es für mich Team Liquid oder eben Virtus oder Luminosity sein wird. Ich kann nochmal kurz über die Games gehen. Navi, sehr überzeugend gegen Nip. Nip hatte da keine Chance. Astralis, auch unfassbar stark gegen Fnatic, wobei Fnatic heute auch wirklich einen schwachen Tag hatte. Team Liquid mit einem Ultra-Comeback auf Cash gegen Counter-Logic Gaming. Zweite Map dann drüber gefahren, auch sehr, sehr stark auf Mirage. Sample als Entry-Fragger, absolut geisteskranker Pick heute. Und ja, Luminosity, Virtus Pro, die Jungs spielen morgen erst. Das erste Halbfinale wird sein Astralis gegen Navi. Da sehe ich Astralis im Moment ein wenig vorne, weil ich Guardian im Moment nicht ganz überzeugend finde. Guardian war bei Kluschner Poker hier bei dem letzten Major-Event hier der absolute Main-Carry. Da ist Kluschner Poker. Hier 246 Kills, 163 Death, 152 Sniper-Kills. Der ist komplett ausgerastet, hat sein Team da ins Finale gecarried. Der aber bisher noch nicht ganz so stark und weil Guardian eben sonst der Main-Carry ist und im Moment nicht so ganz stark aussieht, sehe ich da Astralis im Moment ein bisschen vorne. Was aber nicht heißen muss, dass das wirklich mein finaler Pick für morgen ist. Ich werde jetzt nochmal eine Nacht drüber schlafen und dann seht ihr meine finalen Picks, weil ich ja eh nochmal ein Screenshot posten muss, was ich dann bei dem Game hier mache. Bei Twitter, at Trilux CS. Können wir gerne bei Twitter folgen, da poste ich den Screenshot. Und dann seht ihr da meine finalen Picks. Für den Moment würde ich aber sagen, Astralis ist da ein bisschen vorne. Fantasy-Team war heute in Ordnung. Krims war eine absolute Frechheit. Auf der ersten Map, Overpass war das glaube ich, war der ganz okay. Cash komplett reingeschissen. Also Krims war definitiv kein guter Pick. Sniper-Rolle Guardian war okay. Wieder durchschnittlich, wie auch am ersten Tag, aber jetzt nicht überkrass. Und Entry-Fragger-Simple war einfach der Ultra-Gottes-Pick. Ich glaube, der hat irgendwie fast 15 Entry-Frags gehabt und auch eine krasse KD gehabt. Also der wird gut Punkte gebracht haben. Und ja, auf die anderen beiden Jungs hier, Code Zero und FNX als Kommando und Eco-Warrior, muss ich ja noch warten, ob die das Game gegen Virtus Pro da gewinnen können. Für morgen sieht mein Team für den Moment aber so aus. Sniper-Rolle nehme ich die Weiß, weil der Moment Kasa mit der AWP zu hinten scheint als Guardian. Ja, den nehme ich da auf jeden Fall. Als Entry-Fragger werde ich auf jeden Fall simpel behalten, nach der Vorstellung heute. Eco-Warrior für den Moment Dupree. Kommt aber auch darauf an, wie Luminosity morgen spielt. Vielleicht packe ich da dann eventuell nochmal jemanden von Luminosity rein. Und für den Moment habe ich da als Clutch-King noch den FNX und als Kommando-Player den Code Zero. Aber wie gesagt, die beiden oder die ersten drei hier, die könnten noch eventuell geändert werden. Seht ihr dann auch bei Twitter, wenn ich da meine finalen Picks raushaue. Ja, mehr kann ich da leider im Moment nicht so sagen. Weil, wie gesagt, dadurch, dass Valve bzw. MLG das vierte Quarter-Final hier auf den morgigen Tag erst verschoben hat, haben wir noch nicht alle Infos zu den Teams. Deswegen, das mal ein kurzer Recap zu den Games gestern und so eine kleine Vorschau auf meine Picks hier für den nächsten Tag. Aber wie gesagt, finale Picks kommen auf Twitter. Ich werde dann auch nochmal eine Steam-Gruppen-Ankündigung machen für die Leute, die keinen Twitter haben. Aber ja, schaut gerne vorbei, atrelux.cs. Die Twitter-Seite oder natürlich auch die Facebook-Seite, wo ich das dann, glaube ich, für euch auch nochmal posten werde. Viel Glück mit euren Picks und wir sehen uns dann morgen wieder um 16 Uhr bzw. heute um 16 Uhr, wenn wir uns die Games wieder zusammen angucken. Bis dann!